Hallo, hier war ein Gehüchter mit recht herzlich willkommen auf unserem russischen Kanal und zurück zu Crazy Nights. Einmal ein kleines FNAF-FANG-Game und zwar ein russisches. Spasibo, my friend. I love Russian games. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Oh, dieses Jahr alles gar nicht brauchbar zu realisieren. Vielen lieben Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. I love you. So, Spasibo. Auf geht's. Rein in die Bücher. Extras. Kudutschp, kudutschp, kudutschp. I- Iw. Soviel dazu. Wir starten. New Game. Was ist das? Der kann mir Licht anmachen. Ooooooh. What? 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 Was ist das? 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 Aber warum? Wieso? Ah, da muss man draufklicken. Ah, ich verstehe. Man kann, ich verstehe. Was ist das für ein Fugl? Ich verstehe das, mit mir auf den Jacken. Was ist das? Verrückt, es ist nervig. Es ist war nicht so dunkel. Was ist das denn? Du bist so stupid. Was ist das denn? Really? Nein! Nein! Was ist das denn? Was hab ich getan? Arsch. Auf jeden Fall kommt schon mal einer. Arschpacker. Der Weiße ist auf jeden Fall als Erster unterwegs. The white one. Waschallah. Der Weiße ist noch da. Pisi Pisi kuscheln. I love it. Was haben die Russen mit ihren verdammten Teddybären? Die Russen sind Spielkinder. Die Russen spielen mit Teddys. Der Weiße ist ja verrückte. Sieh der verrückte. Sie spielt doch alle. Wir bleiben mal weg von den Camps. Wir haben nämlich fast keine Energie mehr. 50 Patschock. Was ist denn Patschock? 1EM und 55% haben wir da oben. 55%. Na herzlichen Glückwunsch aus, mein du Arsch. Bei lauter Monitor. Freunde, jetzt warten wir mal, dass es grüßt. Aber wenn ich es nicht einmache, geht sofort die Energie runter. Aber sofort. 2 Uhr. 2.00 Uhr. 2.00 Uhr. Alright, das ist leider noch gut am Start. Gut am Start. Aber, muss das verdammt schnell sein? Verdammt schnell. Du wisst, die Rosti, ist einer der langsamsten, der langsamen. Oder DER Langsame. Oder DEN Langsamen. Das ist der oberlangsame. Langsamer geht gar nicht. Ihr könnt mich auch Slow-Motion-Rosti nennen. Spasiba Kalinka! Nix hier Rabota Rabota da weiter, he du Arsch! 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 Bad! Wir schauen auf unsere E-E-E-E-E-E-E-E-E Wir müssen auf jeden Fall dann das Licht anmachen, wenn wir ein komisches Geräusch hören. So viel hat der alte Sack schon mal rausgefunden. Ich liebe halt diese schlunzig-ranzigen Russengames, vor allem mit ihren Teddys und die einen, ihr wisst ja, was ich immer erzähle. Immer das Gleiche, sie sind einfach verrückt, kommt gut an bei den Russen, vor allem, und warum nicht? Mir macht Spaß. Und es ist ja mein Kanal, mir muss es Spaß machen, wenn ich keinen Spaß habe, dann mache ich es auch nicht. Ihr tut ja auch nichts, was euch nicht gefällt. So schaut es mal aus, Freunde. Und Leute, ich brauche mehr Klicks. Ich, 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 ungelogen. Ich habe jetzt fast 2000 Abonnenten. Und ich habe immer noch genauso viele Aufrufe wie mit 1000, mit 500 noch genauso viel. Es ändert sich nicht viel dran. Es ist minimal. Es ist minimal. Ich verstehe es einfach nicht. Obwohl ich mit meiner Anzahl an Abonnenten für die Aufrufe her noch sehr zufrieden sein kann. Aber ich würde mich ja nur über mehr freuen. Du weißt ja, mehr Zuspruch. Was dann mir auch mehr Freude macht, zu sehen, kommt immer besser an der Kanal. Ich entwickle mich weiter, aber irgendwie bin ich dann, trotz allem bei den Klicks hier immer noch auf dem selben Level. Und wenn du immer auf dem selben Level bist, obwohl du immer größer wirst, dann denkst du auch, äh, Wai, 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 wai. Jalla. Alter, zumal. Die alle sagen mir, Marshal Allah, ich sag Jalla. Hätte mir vielleicht die Maske aufziehen sollen. Das letzte Mal. Obwohl ich schon 10 Minuten aufnehme. Extra für euch. Extra ordentlich. Maske. Wenn man dieses komische Geräusche hat, dieses Verzerrte. Da müssen wir, glaub ich, die Maske aufsetzen. Maske. Ich probier's jetzt mit der Maske irgendwie durchzukommen. Und wenn nicht, hab ich halt verkackt. Ist schon ganz einfach, oder? Maske. Ich bin der Maske-Dinger. Ich schau da so eine Scheiße an. Schreib's mal in die Kommentare an. Mein Freund. Wer guckt dich so'n Dreck an, Leute? Absolut. Alles Müll. Das einzigste Original war, Schlag den Raab. Raab überhaupt. Alles was Raab gemacht hat, war Kult. Den Slider, der das leider nicht mehr macht. Aber der Elton macht's auch ganz gut. Schlag den Raab. Das war halt Original. Das war... The One Male Show. Und Kitchen Impossible find ich geil. Kitchen Impossible mit Tim Meltzer. Das sind so meine zwei Lieblingssendungen. Aber leider mit dem Corona ist das halt alles ein bisschen problematisch geworden in der hohen Zeit. Mit eben grad Filmen, Serien, Shows. Das kommt ja nicht so das Feeling auf, weißt du, wie früher. Und grad bei Tim Meltzer, da kannst du halt auch nicht sagen, er hat mir... wisse... ...kekekeke Fahrradkette. Jetzt probieren wir noch die Maske und dann... Ab dafür ab, wenn er nach Hause nach dem Schloss. Zu guter... Zu mütterchen... Nee, zu vielerchen. Fröhlich. Mother Russia. I love it. Es wär da... Es müsste doch machbar sein hier. Na, wie bin ich auf dem Berlin? Super hergeschwub, oder? Wo ist's? Wo ist's die meine? Oder sagt einfach mal, wo ist's? Oh, das Café sind die nicht Freunde. Ich will das mit meiner dualität. Ich will jetzt eigentlich alles direkt in Russland auf den Sied 제가 demnächst noch nein und zwei bis zum anderen nächsten Tag mit ihm. Ähm, wo俺горend nicht mehr zufrieden. Heute... Am Dienstag ist 1. Dezember. Ihr dürft das erste Türchen aufmachen. Habt ihr ein Adventskalender? Hat funktioniert. We survived. Jetzt nur kein Fehler machen alter Mann. We survived, Freund. Wir haben es ihm gesagt. Zum wenigsten Mal haben wir es überlebt. Wir haben es überlebt. Auch nicht schlecht bis jetzt. 3 Uhr und Energy sieht ja mal verdammt gut aus. Verdammt gut aus. Der Umzeit 48, faciljjk. Und die. Ohrpota, Ohrpota. Ohrpota, j Trevor, jureh! Wenn die Zeit... Die Zeit, könnte n bisschen schneller rumgehen oder? Eh? Mein empfinde. Karte für Baby. Für dieses Spiel geht es eigentlich doch ziemlich langsam, 4 Uhr. Und Leute, ich habe jetzt ein Horrorspiel aufgenommen. Drei FNAF Games. Ich muss aber noch zwei Geschmackstests machen. Zwei Geschmackstests machen. Futtert! Futtert! Yummy 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 yummy! Ich kann es aber leiden! Echig 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 Das flaming Echig Ich bin so hyper hyper Give me your look, baby. Ich bin zu blöd, oder? Schreibt es mir in den Kommentaren. Nehmt ruhig keinen Platz vor den Mund. Aber es haut nicht so einfach auf. Oh, Freunde! VFM! Wer oben ist gleich? Wer oben ist gleich? Wer oben ist gleich? Wer survived? Wer survived? Wir können sein bei uns. We can survive. Wir können. Alles ist möglich, nichts ist machbar. Püßele herzu. Das war doch gelassen, wir sind doch verkacken. Dann raste ich aus. Dann raste ich zum Sprich in drei. Aber so was, meine Leute. Könnt ich gar nicht vorstellen. Er ist noch einmal gekommen, oder was? Ein einziges Mal. Roshi erlaubert nicht so viel. Konzentrier dich, du. Yes! We survived strikes! Spasiba! Yeah! Yeah! Ja, Freunde. Das war Crazy Night. Ihr könnt euch selber runterladen, selber spielen. Wir bedanken uns heute fürs Zusehen. Würde uns freuen, wenn ihr euch einschalten würdet. Wenn ihr euch auf uns am rösten Kanal. Bitte bewertet euch das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und wenn ihr kein Abo habt. Einfach nur aufs Köpste drücken. Press den Halt-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Aber schützt euch bitte. Passt auf. Und bleibt gesund. Wir sagen Tschö mit den Höhnen. Wir gelingen uns. Euer Sam Teddy. Die Minion. Der Rest. Manu und Rosi. Die alle sagen Thank you and goodbye. Good night. Hörrei. Passt immer.